Mein Name ist Steffen Knoll, bin technischer Projektleiter bei der Bischofszellen Nahrungsmittel AG hier am Standort in Bischofszell. Eine Anfrage diesbezüglich war eben das Thema Umpackzelle, wo ich mit meinem Guggeberger gerade besprochen habe. Die nächste war auf dem Thema kollaborative Robotik, wo wir aufgabentechnisch hier Möglichkeiten gesucht haben, was würde denn passen. Da war dann das Packfix-Konzept, so haben wir das damals benannt, wo wir gesagt haben, hey, das wäre jetzt so eine typische kollaborative Sache. Spezifisch war eigentlich dort das Handling der Bleche für die Autoklaven wegen, die wir diesbezüglich bestücken oder auch entladen wollen. Das war jetzt das erste Mal, als ich wirklich einen richtigen Roboter programmiert habe. Ich war zusammen mit einem Ausbildner und einem anderen Mitarbeiter bei der Stäubli im Kurs gewesen. Und habe dort knapp vier Tage lang die ganze Programmierumgebung kennengelernt. Und das letztendlich jetzt an dem Ort, an dem wir sie eingesetzt haben, ist wirklich eine sinnvolle Applikation. Wenn man wirklich einerseits einen Roboter hat, der schnell arbeiten kann. Und sobald der Mensch aber in einem gewissen Bereich ist, arbeitet der Roboter langsam oder wartet auf den Menschen, dass er selber Vorrang hat. Für diese Anwendung IPA-Konzept war es jetzt wirklich das Handling der Bleche. Wir wollten die Arbeitssicherheit verbessern. Wir wollten den Mitarbeiter in seiner Tätigkeit unterstützen. Insofern, weil das System rein manuell bedient war. Das Bestücken ist manuell. Man muss sich vorstellen, diese Bleche, wo die Produkte dann quasi gepuffert werden, sind fünf Kilo schwer. Das ist Aluminiumblech. Und durch dieses IPA-Projekt oder Pakfix-Konzept haben wir dann mehr oder weniger mal aufzeigen können, was bedeutet das wirklich. Also jetzt steht da so ein kollaborativer Roboter. Haben den Produktionsmitarbeiter dementsprechend in den ganzen Prozess mit eingebunden. Und zum Schluss hat er dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Er entlastet mich. Und ich denke, das ist der größte Mehrwert. Wir können unsere Arbeitssicherheit verbessern. Und es ist aber wirklich ein Wandel, der stattfinden muss, denke ich zukünftig. Aber ich sehe dort wirklich großes Potenzial dran. Und ich denke, das ist der größte Mehrwert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020